...mangelnde Leidenschaft vorgeworfen. Deshalb waren viele froh, als Luis Aragonés das Amt übernahm. Ein Trainer, der in seiner impulsiven Art sicherlich häufig auch über das Ziel hinaus stießt. Erinnert sein nur an das Zitat, das fast schon auf negative Art und Weise berühmt gewordene Zitat an seinen Stürmer Ries und dessen Teamkollegen bei Arsenal, Henri. Aber zumindestens hat er im positiven Sinne bei seiner Mannschaft Feuer geweckt. Und was ist das jetzt? Diesen Chance für Bosnien, das kann nicht wahr sein. 1-0 für die Gäste. Miesimovic. Zwetschke macht die Kürze. Das gibt's nicht. Das ist sowas von unverdient. Das Chancen-Verhältnis 10-1 für Spanien. Spielstand 0-1. Aber was für ein Abwehrfehler. Der Miesimovic, der wusste selbst gar nicht, wie ihm geschah, so lange hat er gezögert vor. Das hier ist. Da sehen wir nur. Das macht er ganz, ganz cool. Aber wir müssen noch mal die Entstehung sehen. Mann, oh Mann, ist das bitter. Gegen Spanien hat sich im Moment alles verschworen. Verletzungspech. Kein Abschlussglück. Und jetzt noch 0-1. Wenn Sie ein großes Team sind, dann drehen Sie das Ding jetzt. Und jetzt noch mal die Entstehung.